Hallo und herzlich willkommen zurück zu BrilliBout. Da sind wir wieder hier im Nether und waren gerade dabei nach Hause zu gehen. Wobei ich eigentlich sehe, dass wir noch ein bisschen Platz haben im Inventar. Ja, ich könnte einfach mal noch hier in die Richtung weitergehen. Gut, jetzt sind hier natürlich ein paar Pikmänner. Viele Pikmänner. Sind die böse? Triggern die mich? Scheinen noch nett zu sein. Ich gehe einfach mal gerade in die Richtung, denn hier können wir noch runter. Ach so, nee, ich habe keine Fackeln mehr. Deswegen wollte ich zurück. Ja, ohne Fackeln lassen wir das lieber. Dann gehen wir wieder zurück und holen uns neue Fackeln und gehen dann dahin. Weil, naja, ein bisschen Licht hätte ich schon ganz gerne. So. Dann habe ich gerade irgendwie keinen Sound. Kann das sein? Ja, warum nicht? Ah, ich weiß, warum nicht. Jetzt habe ich Sound. Ihr hattet schon die ganze Zeit Sound. Okay, okay. Das sind Aufnahmeschwierigkeiten. Die Regie hat es aber hingekriegt. Danke, Regie. So, jetzt zurück. Auf geht's. Erstmal was essen hier. Erstmal was essen. So. So, abbiegen. Sehr gut, Brilly. Ah, das ist super, wie du hier spielst. Wie du hier spielst. Hier richtig sicherlich, oder? Ähm. Ja. Wie gesagt, wir sind ja immer... Oh, da höre ich was. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Blazes. Ähm. Die Gemini, das sind Zombie-Pigmener auf unserem Dach. Die mache ich aber lieber mal weg, glaube ich. Was fällt dem eigentlich ein? Kommt der mal da runter? Oder ein kleiner Bein, ne? Shit, ey. Das sind schon ein paar. Aber gut, ich rieche den jetzt an und gehe schnell hier rein. Oh fuck. Kommen alle hier rein, oder was? Jetzt ist der auch noch in unserer Welt. Ich fasse es nicht. Kann der bitte wiederkommen? Geht er einfach durchs Portal. Jetzt traue ich mich selber nicht mehr durchs Portal. Super. Dumme. Ernsthaft jetzt? Der fühlt sich wahrscheinlich da jetzt wohl. Aber hier ist jetzt auch nichts mehr, oder? Sieht jetzt nicht danach aus. Na dann, äh. Versuchen wir es mal. Gucken, ob er uns da jetzt attackiert. Ja. Natürlich. Alter Schwede, das war knapp. Äh, okay. Wir haben überlebt. Steht der da und wartet auf uns, ey. Was für ein Arsch. Naja, gut. Er hat es mit dem Leben bezahlt. Wir leben noch. So, weiter geht's. Jetzt erst mal gucken wir. Badau. So. Okay, schmeißen wir erst mal den ganzen Schmodder weg. Das hat man konfiguriert. Das hat man konfiguriert. Pharaohs hat man konfiguriert. Kopper hat man konfiguriert. P-I-O-O bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber Kobalt auch nicht. Und Kohle auch nicht. Gehen wir mal gucken. Äh, Kohle ist. Ähm, Lapis. Okay, dann machen wir hier mal Kobalt rein. Und P-I-O-O ist. Okay. Alles gut, alles gut. Hier geht's schon wieder los. Jetzt kommen da vielleicht die Diamantos. Die sollten jetzt aber theoretisch, da kommen wir, direkt ins Lager kommen. 5 Stück, geil, 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 geil. Das ist geil, oder? Liebe Leute. So muss das sein. So muss das sein. So, das kommt alles in die Ölchen, hoffe ich. Ja, da kommt es schon. Was ist das? Paris. Ah ja, Paris. Alles gut. Sieht gut aus. Die Diamantenrad nochmal checken. Hier. Ne, keine drin. Sehr schön. Die scheinen direkt ins Lager abgeführt zu werden. Perfekt. Perfekt. So. Dann schmacken wir halt den restlichen Schmodder auch noch rein. Aber auch wieder richtig gut, ne? Da kurz. Gefarmt. Äh, so. Das war alles. Okay. Dann machen wir uns gerade mal neue Faculies. Vielleicht sollten wir auch nochmal irgendwie was zu essen machen. 16 mal Kohle, 16 mal Kobbel und auf geht das. Ja, ist die Frage echt mit dem Essen. Das müssen wir wahrscheinlich echt machen. Mal gerade gucken. Hier ist Kobalt. Was kommt denn da raus? Crushed Kobalt Ohr. Okay. Geht das in die Öfen? Nicht sicher. Wo bleibt die Kohle? die ich reingeworfen hatte. Ist doch eigentlich konfiguriert gewesen. Komisch. Jetzt will ich gerade mal gucken, ob das Kobalt hier in die Öfen kommt. Hä, wo ist denn die Kohle hin? Ich weiß es nicht genau. Da. Ein Glück. Da ist irgendwas reingekommen. Jawohl, da ist die Kohle. Sehr gut. So, und Kobalt? Hier. Jawohl. Kobalt-Ingots. Okay, haben wir. Sehr schön. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, dann machen wir uns gerade mal neue Fackeys. Zacki, zacki hier. 16 Tool-Rods. 16 Kuhle. 64 Fackeln. So, dann machen wir gerade noch was zu essen. Äh, jetzt habe ich den Dings wieder mit. Zack. Einmal fluten das Ganze. Zack. Ah, Kartoffeln. Liko, Liko, Liko. So. Das nehmen wir auch noch mit. So, sollen wir das nochmal neu bestellen? Äh, wieso habe ich nur 13 Lied? War das überhaupt nicht gewachsen, oder was? Weih. Äh, dann bestellen wir es echt nochmal. Ähm, das war jetzt nicht so viel. Ich dachte, das wäre nochmal irgendwie komplett bewachsen gewesen, aber es war noch nicht reif. Na schön. Aber wir haben auf jeden Fall, denke ich, ein paar mehr Kartoffeln. Was jetzt auch noch nicht so schlecht ist. Na los. Letzte Reihe. Okay. Das ist nochmal neu. So, dann machen wir noch ein paar Kartoffeln wieder hier hin. So. Hatten wir vorher auch schon so viele Kartoffeln? Na, ne? Das ist nicht alles umgegraben. Okay. Wann also auch noch nicht reif? Na schön, na schön. Ähm, die Bibbib. Was machen wir euch hier? Zit. Vier Brote. Ja, das sollte nur auch erstmal reichen für den Anfang. So, den Rest packen wir hier rein. Gut. Dann würde ich sagen, wir, ähm, bringen die Ranch gerade noch nach unten, falls sie sterben sollte. Da Ranch. So. Und hauen wir wieder ab. In den guten alten Nether. Ja, ich hatte gerade auch überlegt, ob wir mit dem Nether Quartz, vielleicht das Schwert noch eine Runde schärfer machen. Weil ich mir halt überlegt habe, was wir sonst daraus machen könnten. Ach, shit. Ach, shit. Ich muss nochmal zurück. Unsere Pickachsen sollten wir doch nochmal reparieren. Ähm, ich weiß halt nicht, was es sonst noch für Modifikationen für Schwerter gibt. Aber ich... Ich glaube, wir lassen es erstmal hier. Wahrscheinlich macht es dann einen Hard mehr Damage, aber gut. Äh. Äh. Auch Stahl, liebe Leute. Steel, Steel, Steel. Da. Haben wir jetzt wieder ein bisschen was. Nehmen wir gerade mal 5, 10, 500 mit. Und tun die mal in, äh, unseren, äh, Table zum, äh, Kraften. Komm. So, die kommt wieder weg. So. Dann machen wir hier mal gerade einen auf Schmied und verbessern, beziehungsweise reparieren mal unsere Spitzhacke und unsere Schuffel und unser Schavert. Wir haben es ja, ne? Wir haben es ja. So. Okay. Weiter geht's. Äh. Äh. Zurück in unser Glück. Hoffentlich. Wäre schön, wenn wir... Wo sind jetzt die XP, die sind hier gelandet, oder was? Naja, Klappe. So. So, dann schauen wir mal. Ansonsten, wenn wir jetzt da langsam nichts finden, dann, ähm, gehen wir doch mal in eine andere Richtung. Von hier aus, vorne. Äh, das ging auch irgendwie hin. Brauche ich mir halt einen Safe-Gang, oder so. So. Aber erstmal gehen wir nochmal da lang, wo ich eben hinlang wollte. Und schauen mal, was uns da so erwartet. Ich war noch nie in einem Nether, wo ich so lange Blazers besucht habe. Also das ist schon nicht so schön. Ach so je. Das sind die Trigger, die mich? Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Na, auf jeden Fall sind nicht mehr so viele da, wie... Wie anfangs. Ich glaube, aber jetzt fliegert mich die nicht. Die Spinne dürfte es knühen. So. Komm mal hier. Hier das Worts. Ich weiß überhaupt nicht, was die roten Fäden bringen, die die Spinnen hier fallen lassen. Ähm, ich nehme hier... Naja, gut, Lapis kann man liegen lassen. Aber hier Redstone, das nehme ich ja nicht. Das fandst du nicht gut, ne? Das fand ich nicht so toll. So, was haben wir hier? Noch so einen alten. Okay. Der ist auch weg. Schön. Dann können wir hier mal in Ruhe den Redstone mitnehmen. Das Redstone? Den Redstone? Nicht sicher. So. Okay. Äh, hier das Feuer nervt mich. Schauen wir mal aus. Was ist das hier überhaupt so brennend? Alles so brennend? Warum? Ja, man weiß es nicht. So. Hier haben wir... Niederquartz. Waren wir da unten schon mal? Nee, ne? Da können wir mal lang gehen. Da können wir mal lang gehen. So. Nee, der Quartz. Oh, das mögt ihr nicht, ne? Ja, euer gutes Quartz. Nimm mich mit. Die Verwende ist gegen euch. Oh nein, das ganz gute Quartz. Habe jetzt leider nicht sehen können, welches war, so schnell. Dann höre ich die ganze Zeit hier den Gäst, aber ich sehe ihn nicht. Weiß nicht, wo der sein soll. Oh, das muss ich hier mal gucken. Oh, da unten sind natürlich schon einige. Hier ist ein Imp. Ja, ein bisschen was von der Explosion abbekommen. Tut mir leid, kleiner Imp. Ähm, ja, wie komme ich denn hier am besten runter? Äh, ich glaube, da brauche ich ein bisschen was hiervon. Ich glaube, ich habe mich natürlich auch hier einfach ein Berguntergaben. Äh, geht auch. Das ist vielleicht sogar sinnvoller, weil ich mich dann ein bisschen zäfer vor dem da unten schützen kann. Das ist ja nun nicht, welche Höhe das jetzt war. Äh, hier kann ich schon rausgucken. Na. Triggern mich auf jeden Fall. Die sind hier direkt neben mir quasi. Da muss ich jetzt aufpassen. Ich glaube, noch einen. Äh, ich glaube, hier könnten wir mal. Sada. Da wo sind sie? Da. Kommt. Kommt. Sehr los. Aha. Nummer eins. Ja, move, Klaus. Genau, das trifft er nicht. Wo ist denn jetzt der andere? Einer fehlt da noch. Der da unten? Der ist da unten. Ähm, na gut. Ah, derzeit war schon wieder. Das gibt's ja gar nicht. Ähm, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie kommen wir hier, komme ich hier wieder gut hoch. So, ja. Ja. Und dann müssen wir das mal hier ein bisschen ausläutern, wenn ich weiß, wo das war. So, hier haben wir nämlich Kobalt, das nehme ich mit. Und dich will ich schon noch töten gerade. Auf den Kopf. Wie kannst du mich von da getroffen haben, ey? Das hakt. So, ich geh hier mal in die Safe-Buchse und warte dann hier auf euch. Bis zur nächsten Folge. Dann geht es hier weiter. Ja, ich hoffe, ihr seht zu. Ich hoffe, euch macht Spaß. Momentan so ein bisschen Nether-mäßig alles. Aber okay. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Bredi. Ciao, ciao.